Hallo und Willkommen zu einem etwas anderem Video und deswegen zunächst mal eine Warnung. Das Video könnte sehr langweilig von euch werden, denn denkst du euch jetzt kein spannendes oder mega interessantes Spiel. Ich mache diese Aufnahme auch eher nur ganz kleine Erinnerungen für mich selbst. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn ihr das nicht so toll findet und abschaltet. Ich werde einfach nur aufnehmen, wie ich den Standard Haken drin habe, sag ich mal so, wie der so abläuft. Ja, nur einmal. Da war immer schön der Berg. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, warum ich das Ganze überhaupt mache. Ausforderungen. Der Grund ist ganz einfach. Dragon's Soul wird bald dicht machen. Und ja, auch Diamanten kaufen. Das geht jetzt nicht mehr. Da kommt das hier. Abgeschaltet haben. Ehrlich, weil ich jetzt hier die ganze 35 gemacht. Das lasse ich jetzt mal ausmachen. Das Video in der Länge. Und ich kann es auf 10 Minuten stecken, ganz viel Werbung reinmachen. Ja. Ich habe hier schnauben. Das ist eigentlich nicht. Ein paar Punkte, dann steigt hier sein. Ohne. Funnenlevel. Gunner. Ah, einen schönen Gruen holen. Kaufen wir nochmal drei. Wenigstens, ich weiß mal, ich weiß nicht, hier sind. Halt auch mal diese Animation nochmal abwarten. es gibt erfahrungspunkte nachher annehmen und dann haben wir die kampfgrube da machen ein kampf den ich verlieren werde wohl ja da war die kampfkraft hätten das war es vielleicht auch nicht die beste hier aber ist mir ich könnte ich aber so ein kampf richtig zeigen dass drei kämpfe da mache ich das nicht eine system so ein token ach was ist denn da gibt wieder irgendwas ewig lange mein herzlich gewonnen teile vermüllen sozusagen ein sehr tolles geräusch dass uns auf stumm hat jetzt wollte es ihnen so ausgabe in da und weiter den kampf muss man sich angucken also perfekt das ist immer so ein kampf und eine minute um und Oh, ich hab's geschafft. Hey! Da springt er sich und wackelt. Kaufen. 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 Das ist das Monospaket. So kommt man immer noch, aber... Zeniter. Äh... El-Variante. Er gekauft zum Kämpfen. Muss die Nachricht das nicht machen. Ganz ehrlich, das ist jetzt kein Spiel, was man so... Konzentration spielt, soll ich mal? Also man... Konzentriert und vertiefen kann. Einfach nur ein Klickspiel, dass man unterwegs gut machen kann. Oder mal so nebenbei, irgendwie schnell. Über diese ganzen Farmspiele nur halbwegs anders. Und ich mochte es. Es war süß gestaltet hier. Die Helden sind eigentlich... Schön gestaltet alles. Nach der Menüführung und so. Hier vom Zen-Entwickler dieses Portal-Quest. Das hab ich mal geguckt und gedacht mir... Oh mein Gott, nein. Das ist grafisch super. Oh Gott. Hilfe. Nein. Was ist das hier wesentlich besser? Schade, dass sie es dicht machen. Aber jetzt nicht mehr genug Leute gibt, die das spielen, ne? Dann ist das leider so... Ähm... Sachen. Wenig klappen. Die haben. Alles gut. Das war immer natürlich hier diese... Oh, Creme gefunden. Ja, es interessiert mich doch nicht. Oh nein. Ich hab mir extra so aufgeploppt. Das nervig. 36. Entschuldigung. Jetzt haben wir... Ah, es ist mirkwürdig. Und weg damit. Anfälle. Was fehlt noch? Was fehlt noch? Ach, das ist auch schon voll. Das ist nicht mehr hier. Alles... Da fehlt noch eine. Na? Was ist geguckt ab? Das ist auch schon voll. Das ist nicht mehr hier. Alles... Da fehlt noch eine. Was ist geguckt ab? Dann hab ich mir das mal geholt. Bisschen Verschwendung, aber egal. Aber jetzt ist er eh ganz... Ich bin nur gewünscht, dass ich jetzt zum Ende mal so ein bisschen sagen... Hier komm... Jetzt habt ihr meine Dinge unendlich golden und unendlich diamanten. Macht, was ihr wollt. Oder... Und nur unendlich Energie. Das wär auch... Kann sich alles hochrüsten können, wenn man will. Einfach mal. Das flippen. Ist ja jetzt eh egal alles. Aber nein. Leider nicht. Das ist es einfach so vor sich hin. Sterben sozusagen. In den letzten Monaten. Hier auch keine Events mehr oder so. Hier guckt Veranstaltungen. Dieser komische Bosskampf, den ich eh nie gemacht habe. Den Boss Battle. Das hat mich genervt. Ich bin zu schwach dafür. Ein super Team. Von sechs Leuten. Und dann... Hier muss man ein, zwei, drei, vier, fünf ungefähr gute Teams haben. Töne... Wenn du, um dich zu kommen. Also ich habe halt ein bisschen an die Monster anpassen. Ich habe halt nicht genug, die hochgelöstet sind. Das ist alles nix. Ich gehe nicht bis zum Boss. Ich komme bis zum Boss, aber den kann ich nicht bis zum Boss. Boah. Ich bin dann auch nicht. Wir fliegen dann. Machen wir lieber Expedition. Auch nun geklicken, wie man sieht. Nächste Stufe. Irgendwie ist es echt schade. Ich habe nicht gerne so hoch gearbeitet. Ja, halt die Klappe. Winters. Das war's. Das war's. Ich bin auch schon fast durch bald. Ja, als gedacht. Ach, wir haben noch was. Wir haben erstmal hier. Gut, was will der? Das halt. Gut weg ist. Gut. Gut. Oder muss wieder da. Dann noch. Ähm, da ist es gut. Dann können wir hier mal kämpfen. Da war auch nicht so viel. Ein paar Mütchen, die man so kann, um sich aus dem Shop zu holen. Was ist denn denn? Aber wir kriegen das abgeschlossen, weil hier sonst keiner mehr in der Gilde. Bei mir. Was machen muss man aber nicht unbedingt. Vielleicht gesehen, warum hat der erste nur 44. Das mal. Ja, aber jetzt ist hier dann 7.50. Das wird nix mehr. Das da auch nicht. Dann noch mal machen. Haben wir dreimal angegriffen. Perfekt. Dann ist die Kampfbude wieder da. Auch da kriegt man ja XP. Wenn man dreimal angreift. Extra. Mit zweimal Angriff und mit dreimal. Was? Wir wollen jetzt. Das ist sowas, was ich manchmal nicht verstehe. Angreifen. Das ist sowas. Hier sieht man es. Bei 8 kriegt man noch was. Ich weiß mal hier mal nur 3. Kann man auch machen, theoretisch. In der Boss Battle, ja, ist das jetzt. Mit dem Boss besiegen wir dann nur einfach einen von denen. Das ist das mal. Was? Was? Das ist das Team. Wird schon klappen. Hoffe ich. Was ist so drauf haben. Das war schmach. Kann ich jetzt natürlich nicht mehr benutzen. Oh ja, das reicht. Okay. Entschuldigung, hätte ich wohl das machen sollen. Ich hab immer falsch gemacht. Gut, was gibt's noch? Den müssen wir im Schrank. Da kann man sich die. Dins angucken. Das sieht normal aus. Den hab ich angezogen. Auch einen anderen Skin, wie man sieht. Warte mal. Ja. Genau. Sehr gut. Das war das. Den mag ich weiter. Da kommen wir alles gleich. Ich bin nämlich auch hier drüber hin. Gut machen. Warte mal. Warte mal. Da. Auch mal. Oh, wir haben jetzt 30 Minuten. Das Geld zum Fenster auswerfen. Ich nehme ich immer gerne nur die. Warte mal. Ich nehme das. Und hier haben wir glaube ich alle schon. Deswegen hab ich so viele. Was anderes nicht mehr. Aber was guck mit dem? Ich nehme was guten vorbei. ein wenig mal auf 100 die beiden ist es uns verdienen könnte theoretisch das kann ich jetzt in events werden gibt es auch keine marken werden der wird entwickelt kostet 300.000 dafür ist also vier sterne und mir würde ich jetzt verkaufen alles wird wie ich eigentlich was ist schon mit dem täglichen was man hier so machen kann da machen sollte und dann kann ich im prinzip beenden wir haben alles gesehen da sind wir insgesamt auf 2031 bei der teamkraft sind wir 1632 der erste der 6090 181 insgesamt ganz tief punktunterschied dampfgrube und sich flussion 16 das wird da höher ich hätte mich darin geschützt bilder und 22 in kraft 171 der unterschied 1,4 1 millionen 30 ich war echt mega suchtig sein der los zu gehen bilden sterne 191 also kennt man leider nicht mehr als aktiv ist so richtig und zu ist noch jemand anders da aber er ist auch sehr niedrig gut aber dann machst du es schon wieder mit dem video zu dragon soul dann freut sich das jemand doch angetan hat vielen dank fürs zuschauen und ich kann mir dann schön was irgendwann mal ein paar jahren angucken und denken was hast du mal gespielt oh mein gott ist das lange her so ungefähr na gut dann habt euch wohl macht's gut wegen soul dann sind sich irgendwann immer wieder tschüss